ich hab gold schnuchts balsam also ich bin feuer resi haben die oh gott ich dachte ich sterbe ja pass auf ich zeig dir ein stick ich bin nicht da wo du bist ok wenn die sterben pupsen die nicht wo bist du ja mama ja wo bist du ich bin mir unsicher moment ich hab dich gesagt in dem ersten gammelhaus ich bin hinter dir da ist aber immer noch ein pfeil morgen gut den mag ich nicht ja dann macht den weg mit diesem schalter hier unten mit dem hier oben hast du super gemacht ich weiß danke ich habe einen weg gemacht und jetzt lässt dich nicht töten boah du machst das ja auch komplett falsch ach so warte ich hab ne idee naja es ist doch ganz einfach wir gehen jetzt zuerst da lang ok ich komm mit moment ganz kurz pause zwei minuten kann ich schieben auf der mauer auf der mauer sitzt ein kleiner adi zieh dir mal den adi an wie der adi adi kann auf der mauer auf der lauer sitzt ein kleiner adroschka zieh dir mal den adi an wie der adi tanzen kann auf der mauer auf der lauer sitzt der adi mann weil der adi alles kann was der adi macht wenn der adi lacht und dann wenn er manchmal schreit und sich dann von seiner rosa schnell befreit na ich geh woanders hin ich finde deine kacke schlimm und mach ein bisschen zauberei ich mach babybrei ich box dich und dann schlag ich dich das ist die neue terminale solo singe weil der hund die mag die jingle singen kann der aua nicht und dann gibt's auch aua schieß mir nicht in meinen rücken mein schöner rücken könnte dich entzücken ich heil mich mit den steinchen weil ich kaum mehr von da hab ich weiß ich hab noch sieben aber es ist so dass ich die gerne mag ich renne jetzt weg die tun mir weh das finde ich ja mal gar nicht schön wo ist hundi wenn man den braucht kleine rotzlöffel wer ist weg hier ist überall kotze wieso ist hier überall kotze wo ist hundi ich seh mittlerweile nur noch immer kotze ich box dich tot ich box dich tot kann vielleicht nur einer ihr seid weicheier und jetzt find ich traurig weil ihr ganz schön stinkt ihr seid weicheier und ich bin der der immer singt ihr seid weicheier und jetzt hau ich dich halt kaputt und roll und roll und hau dich tot und dann roll ich nicht mehr weil ich nicht mehr kann aber an dich komm ich immer noch mal ran und dann geht's aufs maul du bist ein dummer gaul was ist das denn dämonisches und da ist wieder einer meiner freunde vielleicht mach ich den einfach weg und frisst er ganz schön ganz schön viel dreck weil ich krass bin ich hab ihn nicht getroffen jetzt aber vielleicht au au fuck ich hab die bühne vergessen und jetzt wieder weg wo er ein mongo ist ich bin mir nicht sicher warum er so ein mongo ist ich krieg den typen hier nicht tot aber da ist möglich wo bist du denn was hier ne sackgasse ich bin hier hinten I need the water Schatz komm zu Dirk bitte komm zu Dirk Baby Okay du kessliche Schöckscheiße welche stinkt aus dem Mund ich hab gerade so viel gesungen und die waren wir hier warst du hier über schon hier habe ich einen getötet denn es hier aber sackgasse wieso spring doch da drunter ok warum tust du was ich sage okay ist keine komplette sarkasse das finde ich schon mal süß bewegt ja kein sexy arsch baby und die ist wieder bereit und jetzt sind wir wieder hier ok dann öffnet dann gehen wir jetzt hier ist ganz schön viel ekelkotze jetzt nicht kommt zurück wir gehen auf eine abenteuerreise du bist fast so schwer wie schwer und dann gehen wir hier entlang ich habe angst hier ist krabbel wabbel ja hinter dir ich werde das gebänke tunus bitte hilf mir ich bin da danke schatz ich weiß du weißt dass ich angst vor krabbel fischern habe fanta führte wo kann der aufhören ich mag das nicht ich komme übrigens nicht durch ja ich muss ja auch hauen wo bin ich will ja es ist war ein elisabeth pilz weil ich die tür kommen wir wieder zurück ich werde das wahrscheinlich nicht schaffen ich versuchte ok 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 warte mein beinchen sind nicht so stark wie dein ich komme nicht so schnell vorwärts ja ich bin ja auch nigel hier waren wir nicht gerade eben hier aber hier habe ich jetzt macht das an aufzug an geh an ich brauchen leuchte dings dings ich weiß wo ich weiß wo bleibt da unten bleibt da unten Ok 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 ja genau da waren wir noch nicht jetzt noch nicht so schnell das hat nicht funktioniert du bist auch nicht fett genug das sind wir ich dachte wir sind die fixen fick boys hier ich glaube das ist ich will hier daraus fragezeichen ist das nicht wieder so ne ich bin ein dach ich bin wofür hallo ja was habe ich mir schon gedacht boah der ist irgendwie fettig geworden was gibt es hier hinten seelenfokus mein junge guck dir mal die geilen fotzenfälle an du bist aber schon wieder ein bisschen vulgär heute so ne mann das war deine mama wo sie meinen schnauze zum ersten mal gesehen hat ne mit so einem zweijährigen das öffnet sich nur für adi power adi öffne dich ist das der der erste klumpen dass der Bunker in der Wolfsschlucht heiligtum der Mongo Peters ist das auch höchst das so ne mann deine Mama singen wer hält sich ja vor? geh auf ich mag Türen auf die man draufhauen muss damit sie aufgehen warte ich fach hoch ja 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 hier ist ne dumme Schlampe komm her dumme Schlampe boah die mach ich weg die Meile klingt ja da zu ist übrigens schwer eh die stinkt ganz doll eh ich überlasse dir mal ich gebe kaum Schaden aber alter hab ich jemand gepfeilt aber die machen Gift Babys hab ein hab ein so muss mein Fall freuen da ist da oben aber die sind so feuerresistent ich krieg den Kopf kaputt oh Moment ich zeig dir einen Trick ja äh kurze Augenblick so okay adRI haru ja die habe ich hier auch noch hallo wow ich schaffe das ich bin schwarz wieso geht das ohne anvisieren besser ich habe keine mehr ich habe noch 16 weiter nach links so kommt schon einer noch einer noch der trifft das war zu noch nicht durchgehen nicht durchgehen nein machen wir noch mal noch mal wenn ich hier drinstehen da ist nichts weißt du das sieht aus als wärst du einen großen hamster hat angefangen hier ist irgendwo ein loch und da werde ich mal ein popot einstecken ich meine nicht popo das am anderen ende okay hier ist das loch ich habe noch gefunden hier ist noch ein loch ne wie es kann noch auch gott hier ist ein loch tun muss hier ist ein loch hilfe doch kann wir sind mutig wir sind mutige männer aber hier ist ein stachel komm her käfer sind so frau komm her wenn wir starren vergewaltigen können können wir auch käfer vergewaltigen 1 2 3 hab dich verarscht bei dir bist du bitch ja wirklich komm ich doch Aua wär nett wieso liegt der noch stinker nicht dass mein wirst du bist gut und dann noch immer davon aus der netzer kaputt machen dann wahrscheinlich irgendwas schlechte war ja ich habe genug der pataturpulver ich auch vermutlich nicht wir benutzen das ding nicht okay das sollten alle gewesen sein pflanzenbalsam euer für meine ich hab sie wow ich habe ja auch die küchlein lebensstein ist fast genauso gesehen ja auch die küchlein weil das hat sich fast gelohnt 2 new game plus ja auch die küchlein hier ist ne kiste ja ich hab die gefunden hallo flints ding ist scheiße ich lass dich nicht oh ich lass dich nicht oh ich lass dich nicht oh ich glaub hast du einen bogen ja kannst du einen bogen schießen nein pass auf ich zeig dir meine skills das war zu hoch eigentlich meinte ich den hier ach so hab's gleich hab's gleich das ist doch gay boh boh da ist ein bogen wie kann ich kack bogen weg Ich bin der Onkel Adi, bin nur zum Besuch da. Warte mal. Die haben gar keinen Rückstoß, das ist doch scheiße. Leuchtfeuer vertaus. Da glaube ich tatsächlich auch nicht. Warte, das sieht aus, die Falle. Das ist die Falle! Ich hab's nur für dich ausgetestet. Kannst du das nächste Mal früher sagen? Alter, ich hab das gesagt, wenn zurückgekommen, dann bist du reingelaufen. Boah, die Lanze wird... Ah, guck mal, ich hab den Auslöser gefunden. Hä? Ja. Ah, doch, ich seh's. Siehst du das auch, dass die eine Lanze von dem Gedalle zum Knassenboter ist geworden? Ähm, sie bewegt sich nicht, aber sie steckt im Boden. Nee, bei mir zieht sie sich ganz schnell. Finde ich schön. Alter, weißt du, wie schwer es ist jetzt, sich drauf zu drücken? Beweg dich. Komm zu mir, Adi! Okay. Nee, du kann ich das nicht mehr. Kannst das nur du? Das kannst nur du. Na dann los! Was? Nein. Wenn das nur du kannst, gehst du... Oh, und die noch... Nein! Oh, wir sind schlau. Schlag nicht auf. Ja. Wobei, schlagt mit der Faust auf. Hab ich's Feuer. Okay. Das geht nicht. Boah, Alter, bist du einfach Mr. Kompetent. Man nennt mich auch Indianer, Adi. Ja. Geh auf. Boah, cool. Nee, 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 nee. Ja, das war jetzt... cool. Ich hab aber Zeug bekommen. Vorsicht vor oben? Bullshit. Kannst du mich bitte nicht schieben? Das ist mir gar nichts zu sagen. Hör auf. Ja, das ist doch eine Rolle. Hä, ist das ne Sackgasse? Hör auf! Wo gehen wir denn jetzt hin? Nee, da ist ein Schalter. Hör auf! Ich hab getroffen. Was passiert jetzt? Stein von hinten? Oder ist die Tür jetzt aufgegangen? Welche Tür? Der, der wir vorhin waren, die nicht aufgegangen ist. Achso. Ne, daربog... Nen МУЗЫКА Ja, documentation. Ich dachte es kommen nochmal alle mit. aber nicht so viel weiter komm es jetzt wenigstens in der lute er müsste dieses steinschwert ist okay das ist fast das gleiche wie siehst du denn aus du siehst du wo ist das teil das müsste dieses steinschwert ich weiß nicht was du meinst das ist eine peitsche wo bist du du süßer ich bin mir unsicher sekunden ich sehe dich guck mal schwert und peitsche boi ja ist echt geil wow ok herr dummkommandieren wir müssen hier drunter ja ich nicht ich war hier schon unten nein da gibt es schon einen anderen noch einen anderen weg doch hier sind aber stacheln und geister die mich hauen ja ich werde hier dann verhauen ja ich nicht weil ich bin da nicht lang doch nee mal bist du dann da weiß ich nicht was macht das wenn ich da drauf hau wo was macht das wenn ich da drauf hau wo gar nichts alles klar komm hier hoch alter die halten ja ganz schön was aus die kommen immer wieder ich weiß nicht wie ich da hochkomme leiter weiter weiter links leiter gut gut ja erst mal wieder rein nee du beschwörst dir einen scheiß ich mach mal kurz die kiste auf danke nein ich habe ihn ausgeschüttzt was machst du du öffnest die tür das finde ich süß ok weiter geht's äh 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 also wow wow ich glaube hier geht's nicht weiter geht's kommt der freund nein ich glaube bei den typen muss man irgendwo ok wer denn jetzt da den anderen gang entlang machst du gut hier nee falsch hier lang ne moment du warst dich dich da ist eine truhe geht zu der truhe wo ist eine truhe nee aber dann schlägt er mich ja verstehe ich auch ja genau wir müssen die statuen kaputt machen die pupsen ich und dann können wir sie töten glaube ich da ist noch einer ich habe drei kaputt gemacht ich habe auch eine und jetzt schaden oder ja nicht alle manche haben woanders noch start tun nein f*** dich what the f*** ich lebe ja ja ach hier ist noch mehr also mir geht's gut und du wir haben jetzt so 50 fast ja ok äh das ne moment noch nicht das das die 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 Bis zum nächsten Mal.